Es kommt für mich ein ganz, ganz besonderer Moment. Ich darf nämlich den lieben Willi Wimmer begrüßen. Willi Wimmer ist den meisten von Ihnen natürlichen Begriff. Willi Wimmer war für über 30 Jahre im Deutschen Bundestag für die CDU. Er war der sicherheitspolitische Sprecher für die CDU. Er war stellvertretender OSDD-Chef. Was hast du nicht alles für Ämter begleitet in deiner Zeit? Er war live mit dabei bei den Verhandlungen der Ostverträge. Er hat als Einziger einen Atomkrieg auf deutschem Boden durchexerziert im Rahmen von NATO-Übungen hier im Führungsbunker in Deutschland bis zum letzten Moment. Da kann er vielleicht noch einen Satz extra sagen. Ganz, ganz beeindruckende Situationen. Der Mann weiß wirklich, was in Deutschland sicherheitspolitisch geboten ist, was internationale Politik angeht. Er war ganz wesentlich damals mit involviert, als Merkel aufs Schild gehoben wurde. Er war da ganz nah dran. Er hat regelmäßig mit Merkel gefrühstückt, auch in jüngerer Vergangenheit noch. Und ist mit den Großen der Politik heute noch ganz, ganz eng beieinander. Und er ist ein sehr, sehr kritischer Beobachter der jetzigen Situation. Und ich freue mich riesig, dass du da bist, lieber Willi. Er kommt gerade, er ist gestern Abend gelandet aus Moskau. Er war mit dem russischen Präsidenten noch zusammen. Und es ist ein Video, das gerade heute Nacht durch die Medien geistert, über die sozialen Medien geistert, wie der russische Präsident Willi Wimmer live dolmetscht. Also das muss man auch erst mal schaffen, dass der amtierende Präsident der russischen Föderation die eigene Sprede simultan dolmetscht. Also das muss man erst mal schaffen. Und deshalb, lieber Willi, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du bei uns bist. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich kann für meinen Teil ja nur sagen, irgendwie haben Dirk Müller und ich, und ich darf auch den Professor Otter einbeziehen, wir haben uns irgendwie gesucht und gefunden. Und zwar in der Frage, dass wir uns dem vor zwei Jahren möglichen Krieg in Europa in den Weg gestellt haben. Das muss man mit allem Nachdruck sagen. Wir haben uns vorher nicht gekannt. Meine Frau kannte dich natürlich, weil sie aufmerksam NTV gesehen hat und von daher wusste, was in der Börse los war. Gar keine Frage. Aber uns hat eben eine zentrale Frage zusammengebracht, die mit unser aller Schicksal in Zusammenhang zu bringen ist. Und das hat uns natürlich bei Mainstream nicht beliebt gemacht. Wir hatten eine eigene Meinung, die haben wir immer noch. Und es wird uns noch weniger beliebt machen, dass wir Recht behalten werden. Das ist in einer Situation, wie wir sie in Deutschland haben, das Übliche. Und deswegen spreche ich das auch deshalb an, weil wir natürlich hier zusammenkommen in einer Situation, wo sie die Dinge besser bewerten können und auch besser bewerten wollen als viele andere in unserem Land. Und da kommt es ja immer darauf an, dass man sagt, wo sind die ersten Indikationen, bevor das Gras wirklich anfängt zu wachsen und die Leute sich alle in eine Richtung aufmachen. Und vielleicht ist es mir möglich gewesen, in den letzten Tagen in so einer Situation an der richtigen Stelle zu sein. Nicht, weil ich die Möglichkeit hatte, das natürlich auch, mit dem russischen Präsidenten persönlich sprechen zu können. Das ist gar keine Frage. Aber zeitgleich zu dem Besuch von mir in St. Petersburg hat die NATO angekündigt, dass sie demnächst wieder enger mit der russischen Föderation zusammenarbeiten will. Das sind natürlich möglicherweise historische Momente, wo man sagen kann, was ein Glück, dass wir Professor Otte, Dirk Müller und ich und auch andere in diesem Land, Albrecht Müller darf ich erwähnen, Ken Jebsen darf ich ansprechen, dass wir gesagt haben, wir machen den Weg nicht mit. Wir wollen unsere Interessen als Deutsche wahrgenommen wissen und wir wissen, dass uns der Friede näher liegt als eine kriegerische Auseinandersetzung. Ich bin Dirk Müller natürlich dankbar, dass er eine Tätigkeit von mir vor einigen Jahrzehnten in diesem Zusammenhang angesprochen hat. Ich war der letzte Übungsminister im Kalten Krieg für eine NATO-Übung, die größte NATO-Übung, die es je gegeben hat. Und die war acht Tage konventionell und sie wurde acht Tage nuklear geführt. Und ich kann aus meiner heutigen und damaligen Sicht der Dinge nur sagen, das sage ich jedem, der im Zusammenhang mit dem Krieg vielleicht Optionen für sich sieht. Wir überleben noch nicht mal eine konventionelle Auseinandersetzung in Europa als hochzivilisiertes Land. Wir überleben noch nicht mal im Vorfeld eines Konfliktes die Migrationsentwicklungen, die die NATO natürlich immer geplant hat, wenn es auf Konflikte losging. Wir sehen ja in diesen Monaten, was Migrationsbewegungen bedeuten und welche Auswirkungen diese auf die Gesellschaften haben. Aber meine Damen und Herren, die konventionellen Auseinandersetzungen sind das eine. Wenn es aber erst mal in die nukleare Auseinandersetzung geht, das war selbst in der Übung so gravierend, dass ich dem damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl, nachdem die NATO von uns verlangte, Dresden und Potsdam nuklear auszulöschen, empfohlen habe, die Übung zu verlassen. Denn das kann man als Deutscher, und das sage ich ganz bewusst, mit seinem Gewissen nicht verantworten, auch nicht in einer Übung. Wenn die NATO oder wenn die Amerikaner von uns auch im Übungsgeschehen so etwas verlangen, muss man als Deutscher sagen, nein, machen wir nicht. Und der damalige Bundeskanzler hat keine Sekunde gezögert, auszusteigen. Und es hat noch nie eine NATO-Übung gegeben, bei der die Bundesrepublik Deutschland nur noch weißen Rauch durch den Kamin geschickt hat. Und wenn ich mir die damalige Situation in der Spitzenzeit des Kalten Krieges ansehe und mir die heutige Bundesregierung daneben vorstelle, dann machen sich doch Welten auf. Das muss man doch mit einem Nachdruck sagen. Und meine Damen und Herren, insoweit war natürlich der Besuch in St. Petersburg für mich spektakulär. Alleine schon, weil ich die Einladung zu einer Konferenz für rund 500 russische Journalisten aus dem lokalen und regionalen Bereich bekommen hatte. Die waren eingeladen worden aus der ganzen russischen Föderation zwischen der westlichen Grenze und Wladivostok. Und ich habe drei Tage lang eigentlich etwas Schweizerisches da erlebt. Bei all dem, was man ja auch in unserem Land den Russen immer vorwirft. Die Schweiz zeichnet sich durch basisdemokratische Geflogenheiten aus, wo die Mächtigen sich rechtfertigen müssen. Und ich habe drei Tage lang diese Journalistinnen und Journalisten erlebt, die einen nach dem anderen aus der Führung der russischen Föderation nett, sympathisch, aber gegrillt haben. Und ich kann mir nur wünschen, dass das in unserem Land auch mal wieder möglich ist. Dass im journalistischen Bereich der Pluralismus unserer Gesellschaft zum Ausdruck kommt. Meine Damen und Herren, ich werde im Juni ein Buch öffentlich machen, publizieren, die Akte Moskau, wo ich die Entwicklung im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung und die heutige Situation aus meiner Sicht darstelle. Ich habe ja jetzt noch mal die eigenen Akten gelesen. In der Zeit der deutschen Wiedervereinigung habe ich Gespräche im Oktober 1989, als alles anfing, im Kreml gehabt. Und auch mit Herrn Fahlin. Und der zentrale Punkt in unseren Gesprächen war immer, den damaligen Sowjets zu sagen, liebe Leute, der Erfolg, den wir im Westen haben, der hat was damit zu tun, dass wir in der Presse Pluralität praktizieren. Das war unser Schlüssel zum Erfolg. Und das habe ich denen damals natürlich auch verkauft, weil das unser Selbstbewusstsein war. Und Sie müssen sich heute einmal die Medien ansehen. Da ist doch von Pluralismus überhaupt nichts mehr zu sehen. Ich habe noch nie erlebt, dass in deutschen Medien so für den Krieg getrommelt worden ist, wie wir das in der Ukraine-Situation erlebt haben. Oder im Zusammenhang mit dem Irak. Oder im Zusammenhang mit dem Völkerrechtswidrigen Krieg gegen Jugoslawien. Meine Damen und Herren, wir haben ein Recht darauf, dass wir eine freie Presse haben, die auch die Meinung dieses Volkes zum Ausdruck bringt. Und dann muss ich nach St. Petersburg fahren, um das da zu erleben. Wenn ich mir die deutsche Presse ansehe, dann gibt es ja im Zusammenhang mit der Russischen Föderation ja nun wirklich nichts, was gut berichtet werden kann. Ich kann das auch in gewisser Weise verstehen. Wenn Sie sich mal die deutschen Medien anhören oder ansehen, natürlich berichten die über die Russische Föderation. Aber die Gesprächspartner, die Sie dann meistens in Moskau finden, das sind Russen, die für die Amerikaner arbeiten, für die ganzen NGOs. Meine Damen und Herren, ich will einen ungehinderten Zugang zu unserem größten Nachbarn haben. Und das ist eben die Russische Föderation. Und da muss ich nicht Dolmetscher haben, die in Washington ihre Heimat haben. Warum denn? Ich kann das doch selber beurteilen, was mit unserem Nachbarn los ist. Und darauf müssen wir Wert legen. Und meine Damen und Herren, wie es sich dann immer so ergibt, irgendwann schlägt der Blitz ein. Und der schlug natürlich auch in dieser Konferenz ein. Ich bin dahin eingeladen worden, um zu der aktuellen Frage mitzudiskutieren mit zwei Amerikanern und zwei russischen bekannten Journalisten zu der Frage Massenmedien und der Informationskrieg. Ich habe denen sofort gesagt, ich wende mich gegen diesen amerikanischen Sprachgebrauch. Wir führen nur noch Krieg in unseren Gesellschaften. Und wir meinen, Krieg wäre das Natürlichste auf der Welt. Und dabei sagen wir, die wir auch etwas älter sind, wir sagen, nein, der Friede ist das Natürlichste, was uns in Europa passieren kann. Und deswegen bin ich gegen die bedenkenlose Übernahme dieser kriegerischen Diskussion und dieser kriegerischen Begriffe. Wir haben etwas anderes zu verlieren. Und das ist unsere Freiheit. Und da kommt es darauf an, dass wir den Frieden behalten und deswegen schon in der Sprache Wert darauf legen, nicht nur über Krieg zu reden. Und wenn das so weitergeht, dann werden die Amerikaner im nächsten Jahr erklären, sie führen Krieg gegen Sonnenschein. Ja, meine Damen und Herren, das kann doch nicht unser Schicksal sein. Und deswegen kommt es darauf an, auch einen öffentlichen Diskurs in unserem Land zu haben. Was können wir tun, um den Frieden zu erhalten? Und was müssen wir auch von unseren Nachbarn und Partnern erwarten, dass genau dieses eintritt? Und darum ging es bei dieser Diskussion in St. Petersburg. Und ich habe dann am nächsten Tag eine spannende Diskussion erlebt, wo ich nur sagen kann, Bundeskanzlerin, mach das doch mal hier in Deutschland, dass du dich stundenlang mit den Vertretern lokaler und regionaler Medien rumschlägst, 500 Leuten Rede und Antwort stehst und sagst, ich bin die Kanzlerin dieses Landes, ihr habt das Recht darauf, mich zu grillen. Bitte tut das, wenn die Dame die Physis des russischen Präsidenten hätte. Dann könnte ich ja nur sagen, wäre ein wunderbares Geschenk für alle von uns. Aber hier passiert das nicht. Das passiert in St. Petersburg und dafür werden die Russen auch noch beschimpft. Das ist doch die Wirklichkeit. Also aus meiner Sicht der Dinge, ich habe da in St. Petersburg schweizerische Basisdemokratie erlebt. Die Leute waren selbstbewusst und sie waren, das war ja das Schlimmste, auch noch nicht dabei. Was man ja bei uns überhaupt nicht versteht. Sie müssen mal mit der Aeroflot fliegen, sie fliegen mit einem Lächeln in ein anderes Land. Stellen Sie sich mal vor, wie das bei uns ist. Kann man sich gar nicht vorstellen. Und dann geht ein Teilnehmer dieser Diskussion hin und spricht mich an in Anwesenheit von 500 anderen und natürlich des russischen Präsidenten und gibt etwas aus meiner Äußerung vom Tag zuvor wieder. Und da lege ich natürlich Wert darauf, in Zusammenhang mit natürlich auch politischen Überlegungen, dass das absolut korrekt ist. Und dann habe ich aus meiner Sicht mich zu Wort gemeldet und habe durch den russischen Präsidenten das Wort erteilt bekommen. Und habe dann gesagt, also liebe Leute, ich habe am Tag zuvor mit russischen Journalisten diskutiert und habe mich darüber gewundert, dass in der Frage, wie setzt man sich mit anderen auseinander, die selber sagen, es gibt einen Informationskrieg, da muss man doch wissen, wie die eigenen Werte sind, die man glaubt, verteidigen zu müssen. Und ich habe mich gewundert, dass die russischen Journalisten, die sich da an dieser Diskussion beteiligt haben, ich sage es mal sehr zurückhaltend, ein hohes Maß an Unsicherheit gezeigt haben. Da habe ich natürlich gesagt, liebe Leute, das habe ich dann auch in dieser Runde mit dem russischen Präsidenten gesagt, wenn ich als Ausländer, ich bin Ausländer, ich bin nicht beteiligt in Russland, wenn ich von draußen mir die russische Föderation ansehe und jetzt mal nicht die amerikanische Propaganda nachvollziehe, dann sehe ich doch, Russland bekennt sich zu den Regeln des Völkerrechts. Das machen die auch in Syrien auf der Seite der legitimen Regierung. Russland macht kein Hehl daraus, dass es für den Frieden ist. Wenn die Amerikaner nach der Äußerung der Staatssekretärin Nuland 5 Milliarden investiert haben, um die Ukraine rumzukriegen, ja dann muss Russland doch nicht jubeln. Die Amerikaner meinen, Völkerrecht wäre das, was sie tun. Ist es nicht. Ist es nicht. Und das Nächste, was man im Zusammenhang mit der russischen Föderation von draußen sieht, die bekennen sich zu den Werten der Nation. Meine Damen und Herren, ich bin Demokrat genug, um eines zu sehen. Wir werden als Bürger nur wahrgenommen, wenn wir einen Adressaten für unsere eigene Regierung haben, und das ist die Nation. Es ist nicht das Europa, das von den NGOs oder von den Interessengruppen kontrolliert wird. Wir haben diese Möglichkeit, nur als Bürger in der Nation uns zu artikulieren, es sei denn, die Europäische Union findet ein Modell, wie wir es im Staat selber haben. Aber solange die Übergabe von politischer Verantwortung und auch das Recht auf Kontrolle so aussieht, dass wir unsere eigenen Parlamente und Regierungen entmachten, die Kompetenzen nach Brüssel schicken, wo sie nie ankommen, oder im Zusammenhang mit Berlin sagen, der Deutsche Bundestag oder die Regierung hat nicht mehr das zu sagen, was Councils für dit und dat zu befinden haben oder amerikanische Anwaltskanzleien. Meine Damen und Herren, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Es ist deutsche Verfassungstradition, dass wir sagen, jeder Gesetzentwurf, der in Berliner Ministerien gemacht wird, der kann auch in diesen Ministerien gemacht werden. Heute brauchen Sie amerikanische oder britische Anwaltskanzleien, weil Sie selber die Gesetzentwürfe gar nicht mehr machen können. Meine Damen und Herren, so geht tradiertes Wissen in diesem Land vor die Hunde. Und meine Damen und Herren, das ist unser Schicksal, mit dem wir es da zu tun haben. Und wenn die Russen sich dann zur Nation bekennen, dann kann ich nur sagen, ja gut, dann ist das etwas, was unsere eigene Regierung nicht mehr liefern kann, aber dann sehen wir, für was sich andere in Europa auch setzen, einsetzen. Und sie haben das Recht, das Wort zu finden. Und meine Damen und Herren, wenn ich von draußen auf die russische Föderation blicke, dann sehe ich, die setzen sich bei aller Unzulänglichkeit, die es in Russland gibt, für die Werte der Familie ein. Es gibt in Europa und es gibt übrigens weltweit kein Familiengründungsunterstützungsprogramm, das so qualifiziert ist, wie das in der russischen Föderation mit den gewiss geringeren Möglichkeiten, die dieses Land hat, wenn man das im Vergleich zu uns setzt. Und meine Damen und Herren, warum reden wir nicht mal darüber, ob wir nicht von den Russen lernen können, in Zusammenhang mit einer Frage, die für unsere Gesellschaften dramatisch aktuell ist. Warum regen wir uns darüber auf, dass unsere Kinder erst mit 35 oder 40 heiraten können, weil sie vorher finanziell dazu nicht in der Lage sind. Und in Russland wird das mit staatlicher Unterstützung so geregelt, dass man zur normalen Zeit heiraten kann. Meine Damen und Herren, von den Russen lernen ist manchmal was Interessantes. Ich will ja nicht in den alten Sprachgebrauch verfallen, aber das ist etwas, was man sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Und meine Damen und Herren, der letzte Punkt dieser Überlegungen ist natürlich auch interessant. Die Russen bekennen sich zu den Werten des Glaubens. Ja, meine Damen und Herren, ist das falsch? Ich muss ja nicht nur im Vatikan sein. Muss ich nicht. Aber dass es den Vatikan gibt, das zu wissen, ist wichtig. Und meine Damen und Herren, das bewahrt uns vor diesen kriegerischen Auseinandersetzungen, die in Europa ja Platz gegriffen haben zu einer Zeit, als wir da im Traum nicht dran gedacht haben. Ich darf Sie nur daran erinnern, im November 1990 haben sich alle europäischen Regierungen unter Einschluss der Regierungen der Vereinigten Staaten, denen wir vieles verdanken können, in Paris wirklich in die Hand versprochen. Wir machen nie mehr Krieg in Europa. Wir werden alle Konflikte nur noch friedlich lösen. Carta von Paris, November 1990. Wir hatten noch nicht mal das Jahr 1999, da haben die Amerikaner uns in den Krieg gegen Belgrad getrieben. Die Amerikaner haben den Krieg nach Europa zurückgeführt. Und meine Damen und Herren, wenn sich unter diesen Umständen der Papst mit dem russischen Patriarchen auf der schönen Insel Kuba trifft und die sagen, wir tun was dafür, dass die Dinge nicht falsch laufen und aus dem Ruder geraten, dann kann ich nur sagen, dann hat das was mit dem Glauben zu tun, obwohl man als rheinischer Katholik weiß, wo die Kirche steht, ohne sie betreten zu müssen. Das muss man ja in dem Zusammenhang auch mal sagen. Also vor diesem Hintergrund, was soll daran falsch sein? Und als ich das versuchte anzusprechen in der großen Runde mit dem russischen Präsidenten, ist mein glänzender Dolmetscher, ein junger Mann aus St. Petersburg, zu meinem Leidwesen, aber auch zu meiner großen Freude nicht mehr gefragt gewesen, weil der russische Präsident bei meinen ersten Worten in der Wortmeldung gesagt hat, der junge Mann kann sich setzen, ich mache das selber, ich übersetze. Ich übersetze das, was der Gast aus Deutschland da sagt. Und er hat das auch gemacht. Und ich war natürlich dem jungen russischen Journalisten, der die Stichworte geliefert hat, weil er offensichtlich von mir einen falschen Eindruck am Vortag hatte. Ich war dem natürlich dankbar, dass er in Anwesenheit des russischen Präsidenten das gerade rücken konnte. Und das wird jetzt im Augenblick weltweit gesehen und auch kommentiert, weil eins habe ich natürlich festgestellt, ein Rheinländer ist kein Hannoveraner und das Hannoveraner-Deutsch ist besser als meins. Aber ich kann Ihnen nur sagen, der russische Präsident spricht Deutsch genauso gut wie ich. Habe ich bei der Gelegenheit auch festgestellt. Und dann ergab sich die Situation dergestalt, wir wollten schon diese gasselische Runde mit den 500 Gästen verlassen, dass dann plötzlich jemand kam und sagte, der Herr Präsident möchte Sie gerne singen. Ja, was macht man da? Geht man da hin? Und dann habe ich den natürlich strahlend begrüßt, als ich dann durch die Türe des Besprechungszimmers kam und habe gesagt, also Herr Präsident, ich muss Ihnen das sagen, das hat es wohl weltweit noch nicht gegeben, dass der amtierende Präsident eines großen Landes einem Gast, der zufälligerweise da ist, auch noch die Übersetzung mitliefert. Das gehört ja eigentlich ins Guinness-Buch. Und dann haben wir uns über Düsseldorf unter anderem unterhalten. Und der russische Präsident, was ich übrigens auch tue, findet Düsseldorf ganz prima. Wir haben natürlich über das ein oder andere auch sonst noch gesprochen, aber ich kann nur sagen, ich mag diese entspannte Atmosphäre. Ich habe Berlin oft genug erlebt, in allen möglichen Zusammenhängen und kann nur sagen, warum ist das in Berlin nicht möglich. Ich würde es mir wünschen. Und ich sage das deshalb, weil natürlich im Zusammenhang mit den Dingen, die sich da an diesen Tagen in St. Petersburg ergeben haben, auch Überlegungen geäußert worden sind, wo ich nur sagen kann, gerade weil die NATO angekündigt hat, wieder enger mit Russland zu kooperieren, sie hören da eher als ich das Gras wachsen. Dafür sitzen sie ja auch hier. Und wenn dann gesagt wird, es wird überlegt, für das südliche Russland im Bereich des Schwarzen Meeres so etwas aufzulegen wie den St. Petersburger Dialog, der heute ja seine Arbeit wieder aufgenommen hat und heute tagt und das eben auch für den Großraum der Krim. Meine Damen und Herren, das bedeutet natürlich, wenn sich das, was ich da im Umfeld dieser Konferenz gehört habe, unter Beweis stellen lässt, das bedeutet natürlich nicht nur ökonomische und sonstige Möglichkeiten für diesen Raum, sondern das bedeutet natürlich auch, dass wir mit den Russen so nicht kooperieren können, wenn wir den Schwachsinn der Sanktionen weiter betreiben. Man hat ja in den letzten Jahren, seitdem es sie gibt, immer wieder versucht, uns in eine Richtung zu bekommen nach dem Motto, ihr müsst die Sinnhaftigkeit dieser Sanktionen einsehen. Wenn die amerikanischen Initiatoren, ob die nun McCain oder Joe Biden heißen, sagen, wir haben die Sanktionen im Kern bekommen, weil wir den Europäern denn die Arme rumgedreht haben, da brauche ich mich ja über die Sinnhaftigkeit eines solchen Tuns nicht zu unterhalten, wenn nur das disziplinäre Vorgehen uns gegenüber Maßstab für diese Aktionen geworden ist, die uns auch noch nicht nur Milliarden kostet, sondern Sanktionen sind ja ein Schlag gegen jede Form von friedlicher Zusammenarbeit. Meine Damen und Herren, man muss sich das ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben alles getan, um die Russische Föderation in die Welthandelsorganisation zu bringen. Das heißt, Integration ist der Weg zum Frieden in Europa und auf der Welt. Und wenn die Integration weit genug betrieben worden ist, dann sagen wir denen, äh, wir drehen euch jetzt die Kehle zu, weil wir euch mit Sanktionen überfallen. Meine Damen und Herren, somit bereite ich den Weg zum Konflikt. Und Dirk Müller, wir wissen es ganz genau, und Herr Professor Otto, wir haben uns auch darüber unterhalten, vor zwei Jahren war es reif. Meine Damen und Herren, wenn es in der damaligen Situation manches nicht gegeben hätte, auch nicht Rashad-Oddeh und Sputnik, dann hätten wir den Schießkrieg in Europa bekommen. Und meine Damen und Herren, es hat Gründe gehabt, warum die Bundeskanzlerin und der französische Präsident sich mit dem ukrainischen Präsidenten und dem russischen in Minsk getroffen hat. Meine Damen und Herren, wir als Souverän, denn wir sind das Volk. Wir haben uns damals gegen diese Kriegstreiberei gestellt und meine Damen und Herren, wenn wir heute wieder die Türe zu einer gedeihlichen Zusammenarbeit in Europa geöffnet bekommen. Meine Damen und Herren, das sind Sie, die das bewirkt haben. Und es ist auch Dirk Müller gewesen und Professor Otto, die ihre Stimme erhoben haben zugunsten der Vernunft und des friedlichen Ausgleichs in Europa. Und meine Damen und Herren, man kann nur selten an einem Tag in gewisser Weise eine Türe zur Hoffnung aufmachen, aber das kann man möglicherweise in diesen Tagen. Und wenn ich dann im Zusammenhang mit den Gesprächen in Russland gehört habe, ich kenne das aus der Vergangenheit im Zusammenhang mit der Ukraine und anderen Ländern, dass man daran denkt, deutschen Landwirten agrarische Möglichkeiten in Russland einzuräumen, dann kann ich auch nur sagen, das sollten wir mit Aufmerksamkeit verfolgen und wir sollten sehen, welche Optionen sich daraus entwickeln können. Aber meine Damen und Herren, dann muss das aber eine friedensbezogene Entwicklung in Europa werden und das muss eine lange Perspektive und einen langen Atem für uns bedeuten. Und meine Damen und Herren, das ist ein Punkt der Auseinandersetzung, natürlich auch mit unseren amerikanischen Bündnispartnern. Also wir sind ja alle der NATO beigetreten aus Verteidigungsgründen. Wir wollten uns gegen Angriffe schützen. Aber meine Damen und Herren, der Deutsche Bundestag und auch die eigene Bundesregierung, die wir damals hatten, hat dem NATO-Vertrag nie zugestimmt unter dem Gesichtspunkt, wir werden ein weltweites Angriffsbündnis. Und meine Damen und Herren, Sie brauchen sich nur mal die Verfassung dieses Landes anzusehen, wo der Angriffskrieg mit lebenslangen oder mindestens zehn Jahren bestraft wird. Als wir gegen Belgrad losgeschlagen haben und losschlagen mussten, hat im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder gesagt, ich weiß, dass ich damals das Völkerrecht gebrochen habe im Zusammenhang mit dem Angriffsbefehl gegen Belgrad. Ja, meine Damen und Herren, es wäre wünschenswert, das sage ich mal in Zeiten von Panama-Pepos, wenn der Generalbundesanwalt sich mal mit dem eigenen Grundgesetz und dem Verhalten der eigenen Bundesregierungen beschäftigen würde, im Zusammenhang mit den Angriffskriegen, die von deutschem Boden aus nie mehr ausgehen sollten. Meine Damen und Herren, das sind die Prioritäten, auf die unser Volk einen Anspruch hat. Und in diesem Zusammenhang muss ich natürlich darauf ansprechen und aufmerksam machen, wie die amerikanischen Überlegungen als Konsequenz dieser verhängnisvollen Politik seit dem Krieg gegen Belgrad 1999 gewesen sind. Ich habe, warum auch immer, das kann nur durch meine damalige Funktion in der OSZE erklärt werden, Ich habe im Mai 2000 die Gelegenheit gehabt, an einer Spitzenkonferenz des amerikanischen Außenministeriums in Bratislava mit den Staats- und Regierungschefs und Verteidigungsministern, Außenministern der mittel- und osteuropäischen Länder teilzunehmen. Und die Amerikaner haben damals in aller Offenheit, die haben da nichts versteckt, die haben gesagt, wie sie sich Europa in der Entwicklung vorstellen. Und ich sage das mal in einem Bild, ohne dass ich jetzt die Landkarte habe, aber wenn Sie die Augen zumachen, Sie können sich alle die Strecke zwischen der Ostsee und Odessa vorstellen. Es soll eine rote Linie gezogen werden zwischen Riga und Odessa. Und die damalige amerikanische Aussage war die, wir ziehen diese Linie, Alles, was westlich davon ist, ist unser. Und alles, was östlich davon ist, interessiert uns nicht. Das kann die russische Föderation sein, das kann aber auch jemand anders sein. Meine Damen und Herren, die krisenhafte Entwicklung in der Ukraine hat aus meiner Sicht die Funktion gehabt, den letzten Stein in diese Mauer, die quer durch Europa gezogen werden sollte, reinzusetzen, damit jeder Kontakt zwischen uns und unserem großen Nachbarn nur über amerikanische Kontrolle mittels dieser osteuropäischen Staaten möglich sein sollte. Meine Damen und Herren, das kann, nachdem die Mauer in Deutschland vor 26 Jahren gefallen ist, Das kann doch nicht die politische Wirklichkeit sein, dass wir aus Gründen der amerikanischen Politik uns in Europa schon wieder verfeinden. Das kann es doch nicht sein. Und deswegen habe ich damals als CDU-Abgeordneter, und das können Sie alles im Internet nachlesen, den damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder angeschrieben und habe gesagt, diese amerikanische Politik, und ich habe die ganzen Punkte aufgeführt, führt zwangsläufig zum Krieg. Und Dirk Müller, ich bin dir unheimlich dankbar, dass du mir und anderen die Möglichkeit eingeräumt hast, über Cashkurs zu sagen, nein, das dient uns nicht, und deswegen machen wir das nicht mit. Applaus Meine Damen und Herren, liebe Willi, eine fulminante Rede voller Herzblut, voller Überzeugung, voller Begeisterung, und du siehst, was du damit bewirkt hast. Du sprichst den Leuten aus dem Herzen. Und ich glaube, das ist so wichtig in diesen Tagen, und das ist auch, wir sind ein Anlegerkongress, aber auch das gehört dazu, weil das wirkt direkt auf unser aller Leben ein, auf die Märkte, auf die Börsen, auf die Unternehmen, untereinander, natürlich auf das Völkerverschaft, auf alles mit rein. Und deshalb ist es so wichtig, dass du dich auch einbringst, in deiner Unabhängigkeit, in deiner Freiheit zu reden, in jede Richtung hinein. Und ich glaube, wir müssen das vollkommen klar sehen. Es geht nicht darum, nur die Amerikaner, nur die Russen, jeder hat seine geostrategischen Interessen, die hat Moskau, die hat Washington, vollkommen normal. Wir haben verlernt, geostrategische Interessen zu haben nach dem Zweiten Weltkrieg. War vielleicht ganz gut, so mag man sagen. Aber wir als Europa sollten unsere Interessen haben. Und wir sollten uns auch darüber im Klaren sein, dass Amerika nichts tut, weil es uns liebt, sondern weil sie mit uns ihre eigenen Interessen verfolgen. Das Gleiche gilt mit Russland. Russland möchte mit Europa auch nicht kooperieren, weil sie Europa so liebt und so toll findet, weil wir so lieb zu ihnen sind, sondern auch wegen ihren geostrategischen Interessen. Und ich denke, wir als Europäer, wir sollten aufhören, uns nur einer Seite zuzuwenden. Wenn Sie ein Auto kaufen wollen und Sie gehen mit dem BMW-Händler und mit dem Mercedes-Händler ins Gespräch, haben Sie eine Grundlage. Da können Sie mit beiden handeln. Wenn Sie aber dem Mercedes-Händler sagen, mit BMW rede ich gar nicht, wie ist denn dein Preis, dann haben Sie schwierige Situationen. Und wir verbieten uns momentan, mit Russland überhaupt in den Dialog zu gehen. Und ich glaube, wir in Europa sollten das tun, was wir als Europa eigentlich in den letzten Jahrzehnten gelernt haben. In der Mitte zu stehen, völkerverbindlich zu sein. Wir stehen eigentlich in den letzten Jahrzehnten dafür mit Europa, dass wir die Welt voranbringen wollen, miteinander, kooperativ. Das heißt nicht mit den Amerikanern gegen die Russen oder mit den Russen gegen die Amerikaner, sondern als Europäer mit der Welt, indem wir mit den Amerikanern, mit den Russen arbeiten. Das heißt nicht mit den Armen, mit den Russen gegen die Russen reden, Untertitelung des ZDF, 2020